Ich reise übers grüne Land, der Winter ist vergangen, hab um den Hals ein Güldenband, daran die Laute hangen. Diese Verse Josef von Eichendorffs, meine Damen und Herren, dessen 200. Geburtstag wir vor zwei Monaten feierten, mögen Ihnen als Motto für unsere Frühlingsfahrt in eine der schönsten Landschaften Deutschlands dienen. Begleiten Sie unseren Reiseführer Günter Wewel an den Bodensee. Erleben Sie fröhliche und besinnliche Musik aus fünf Jahrhunderten. Chöre und Musikgruppen vom Bodensee werden Sie Ihnen in Stereo als musikalischen Ostergruß darbieten. Am Allentagen Am Allentagen Herz welch anschlagen Himmel dann blauet Auge dann schaut Herz wohl den beiden Manches vertraut Ein schöner Gedanke, dass das menschliche Herz dem Himmel und dem Auge dem Auge des Anderen so manches vertraut, was es bewegt. Peter Cornelius schrieb vor über 100 Jahren den deutschen Text zum italienischen Madrigal, das ja unsere Leitmelodie ist. Die hellen Tage erleben wir diesmal am Bodensee, nicht am ganzen Bodensee. Ich habe Ihnen hier mal eine Karte hergestellt, darauf sehen Sie Deutschland, die Schweiz, Österreich. Wir sind zum Beispiel in Birnau, auf der Blumeninsel Mainau, in Markdorf, auf der Klosterinsel Reichenau und in Meersburg. Die Knabenmusik Meersburg spielt uns nun den Bodenseemarsch. 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 Die Knabenmusik Meersburg spielt uns den Bodenseemarsch. Vielen Dank.